Hallo liebe Chemiefans, gerade eben sind wir gestartet ins Trainingslager nach Teistungen. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe euch die vier Tage mitzunehmen, damit ihr hautnah dabei seid, was wir so erleben. Ich werde ein bisschen durch die Zimmer gehen, was die Jungs so treiben, ob sie Poker spielen. Ich habe auch schon gesehen, dass wir eine Dartscheibe oder sowas mit haben. Ich bin gespannt, was sich da so entwickelt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn wir in Teistungen angekommen sind. Bis dann! So, mach die Steppen, ich glaube, jetzt ist es müh so, oder so. Das ist die Pyramide, das ist so. Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich trinke. Wir haben aber, wie ich glaube, dann gewinnt ja immer der, der anfängt, den Stich zu machen. Das macht für mich keinen Sinn. Das ist schon immer schwarz, macht keinen Ruch. Angekommen, Teistungen! Was ist denn? Alex, frisst dich? Ja, total! Anton, frisst du dich? Natürlich! Wie geht's dir? Sehr gut, wir sind jetzt endlich angekommen. Jetzt geht's vorwärts. Was geht vorwärts? Wir gehen vorwärts. Es wird gearbeitet. Sehr gut! Hallo! 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 So, wir sind jetzt eben im Hotelzimmer angekommen. Mein Mitbewohner für die vier Tage wird der Simran sein, unser Neuzugang. Guten Tag! Ich muss sagen, das ist schon alles top. Mal rein. Schönes Ehebett. Du schnarchst nicht, ne? Was? Manchmal. Manchmal. Wenn du schnuchst mal. Hier einen kleinen Balkon. Unser Badezimmer. Guck mal, was die anderen so treiben. Aufmachen bitte! Jawoll, Andi! Wen haben wir denn da? Mit unserem Tag sind Tom Gründli. Gefällt euch das Zimmer? Schön. Also hier wäre der Auskunft. Macht euch mal fertig, wir haben gleich Training. Gehen wir ins Bad? Also wir haben alle dieselben Zimmer, damit hier keine Streitigkeiten aufkommen. Warte, ins Bad? Ja, wir haben Sauna im Bad. Das ist bei euch im Bad, oder? Heiß. Okay. Okay, Andi und Tom Gründling. Mal gucken, was die anderen so. Ist hier auch jemand? Ja. Servus da! Ja? Ja! Wir haben da Alexander Buchi! Jawoll! Ey, habt ihr einen Ausblick daraus? Uiuiuiui, guckt euch. Ganz an der Kante hier. Wir haben einen kleinen Balkon bekommen. Herrlich! Ja klar! Mit Simran! Mit Simi! Mit Simi! Geil! Mach dich fertig, wir werden gleich filmen! Bis dann, oder? Bis dann, oder? Bis dann, oder? Bis dann, oder? Hey, hallo! Ich muss hier rein! Ich hab doch unten schon... Hoi! Dann hisst du dann! Was ist denn da? 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 Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wie gefällt euch das so? Super! 1A! Überragend! Ich meine, Über ist 3G, aber hier ist 1A! So, wir treffen uns jetzt gleich. Alle Mann unten. 16.45 Uhr ist Training. Unsere erste Einheit. Treffen wir uns unten an der Lobby. Faszienrolle. Wurstbauschuhe. Wir trainieren auf Pulsrasen. So. Erste Training vorbei. Es ist 18.40 Uhr. 19 Uhr gibt's Essen. Wir sind gerade wieder im Zimmer angekommen. Äh... War... War... eine... angenehme Trainingseinheit. Aber doch relativ lange. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ne, Simi? Sagen wir mal? Correct. Und dann, äh... Nehme ich euch gleich mal mit zum Essen. Bis gleich. Nach dem Duschen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Abendbrot. Mit den Jungs hier im Fahrstuhl. Deine Maske sitzt nicht so. So, mal gucken was es zu Schmausen gibt. Wir müssen da runter. Sohle. Was ist denn? Äh... Luke Haupt. Das ist dein Abendbrot. Das ist mein Abendbrot. Mehr gibt's heute nicht. Sollst du vielleicht auch mal gönnen. Und dein Masti? Bei mir vegan, wie immer. Nur best. Erstmal einen schönen Salat-Teller zur Vorspeise. Und dann geht's weiter. Aber ich muss sagen, brutale Auswahl. Und Jonas? Ich suche. Eine Mais-Cremensuppe. Mastalbuch. Ja. Schau. So. Jürich, passt das alles in meinen Ernährungsplan? Mh. Das schmeckt ja alles, ne? Super. Das vegetarische Angebot könnte besser sein. Jungs, lasst du schmecken, ja? Dankeschön. Capitano. Das cool geht. Junge nochmal.